In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich auf Binogi registriert und einloggt. Wenn ich bereits ein Konto für Binogi habe, dann wähle ich einloggen. Wenn ich noch kein Konto habe, dann wähle ich den blauen Button Registrieren. Wie man sich registriert, das zeige ich jetzt einmal. Ich klicke hier auf den Button Registrieren und kann dann entscheiden, ob ich mich mit meinem Google-Konto registrieren möchte oder mit Namen, E-Mail-Adresse und Passwort. Ich wähle jetzt die Variante mit Name und Passwort. Ich gebe meine E-Mail-Adresse ein und wähle ein Passwort, das ich mir gut merken kann. Ich gebe es zweimal ein und klicke auf Weiter. Jetzt werde ich gefragt, ob ich Lehrkraft oder Schülerin bin. Ich wähle hier Lehrkraft und gebe meine Schule ein, die Binogi Oberschule. Sollte ich hier meine Schule nicht auf Anhieb finden, kann ich mich auch ohne die Schule registrieren und die später hinzufügen lassen. Jetzt werde ich aus Datenschutzgründen gefragt, wie alt ich bin, da Schülerinnen unter 16 eben die Erlaubnis von ihren Eltern brauchen und die Datenschutzbestimmung und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Klicke dann auf Registrieren. Jetzt ist mein Konto erfolgreich registriert. Ich muss aber noch in meinem E-Mail-Postfach in einer E-Mail den Bestätigungslink klicken, um meine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Jetzt wurde ich auch an der Schule noch nicht angenommen. Erst wenn die Schule einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Binogi geschlossen hat und der erste Lehrer Zugriff auf den Lehrerbereich bekommen hat, kann ich hier auch als Lehrkraft angenommen werden. Ich logge mich jetzt noch einmal aus und zeige dann, wie ich mich wieder einloggen kann. Ich wähle jetzt Einloggen, gebe dann meine E-Mail-Adresse ein, mit der ich mich registriert habe, klicke auf Weiter und gebe dann das Passwort ein, was ich vorhin gewählt habe. Klicke auf Einloggen und bin dann eingeloggt. Sollten Sie Probleme haben, Ihre Schule nicht gefunden haben oder ähnliches, können Sie hier unten auf den Button klicken. Das ist unser Chat. Hier können Sie uns jederzeit kontaktieren und um Hilfe brauchen bitten. Wir antworten dann normalerweise innerhalb von wenigen Minuten. icherern Ja und china klicke klicke Vielen Dank.